Moin ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner kleinen Inselreise hier unter Mutanen und Kannibalen in the Forest. Jo, wollen wir mal schnell was futtern hier? Noch einen hier drin. So. Bringst du noch einen Schluck, dann ist der Schlauch zwar leer. Gucken wir nachher nochmal neues Wasser. So, ich habe hier mal bis auf die zwei Stümpfe, die kriege ich nicht weg. Die beiden Baumstümpfe hier. Habe ich mal alles mögliche hier an Baumstümpfen entsorgt. Genau, habe uns hier ein paar Bäume vorgesägt und ein paar Steine vorgesammelt. So, genau. Hier sind nochmal zwei Kästen neu hingekommen mit Steinen. Jo, so haben wir das gemacht. Dann würde ich nämlich hier oben erstmal hingehen und nochmal wieder ein bisschen was anzeichnen. Genau, wir zeichnen heute erstmal zusammen so ein bisschen was an. Hier können wir auch gleich Steine reinjagen. Ja. So. Ne. So auch nicht. Weil. Blöd. Ne, 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 ne. Die war das C. Äh, war das so? Ne. Die war das C. So. So, wir brauchen hier nämlich... Da, da ist ne teuer. Zack. Bis... Hier. Ah, da ist ne teuer. Das ist ne teuer. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. so das müsste jetzt passen ja fast können ja noch nichts darüber anzeichnen aber ja wir haben ja wie gesagt die steine vorgesammelt hier geht nicht aber hier nimmt er nicht wenigstens nicht einfach nur raus sondern er sagt dann auch mal bescheid dann haben wir die wand nämlich nachher fertig du kannst nicht mehr tragen kann man nicht oder er ist hierhin fertig wo so noch mal eine lade hier an steine mitgenommen dann haben wir schon da ist halt blöd da man immer nur zehn steine stellen kann ist halt ein bisschen schade aber ja was willst du machen ganz haltlich unendlich tragen so und jetzt versuchen wir noch eine aber so das hat die frage kriegen wir das noch da oben ach da was da was da dann hat er so noch hingekriegt schauen wir machen kriegen wir das auch noch voll dann wollte ich mit euch gleich noch mal ein paar fallen schon mal anzeichnen außerhalb des geländes nachher wird spannend hier da bin ich ja mal gespannt wie lange ich da darum fummeln darf also ich weiß nicht was mit dieser stelle im spiel nicht stimmt aber ich habe hier gesagt ich habe hier gehabt krach gemacht ohne ende und hatte nicht einmal besuch von den jungs also normalerweise kenne ich da du fängst gerade an irgendwann zu hacken und dann kommen die schon noch die ist auffällig hat da keine mehr haja ach jetzt hat er uns bemerkt ist schade so dann müssen wir noch mal irgendwie da oben dran kommen probieren können wir schon mal dann muss ich jetzt mal jetzt bei kommen noch da müssen wir noch mal gucken wie ich das dann wieder schaffe dass ich da oben dran komme dann könnte so schräg dann aber bauen noch mal gucken ob man da nicht was hinkriegt quasi in die steine oder rein schiebt ich muss hier aber doch mal irgendwie eine tür reinkriegen ehrlich muss ja noch irgendwie mal hier rauskommen haben wir mal gucken aber mit dem mit dem schneider hier ja aber dann habe ich ja ein loch in der wand dann habe ich ja keine tür das ist ja blödsinn so wir zeichnen hier auch schon mal an ja genau so aber jetzt kann ich darüber nichts zeichnen dann muss ich erst ansetzen oder ja muss ich erst ansetzen gut ja ist der kleine ist ja klar nein du sollst hier ccc wie komme ich denn aus dem modus noch mal wieder raus so escape escape was gut dann fangen wir mal hier mit unserer palisade an weil dann haben wir da auch schon mal was stehen das schöne ist er wird nach und nach fertig aber bis wir ganz fertig sind ich schon eine ganz schöne zeit vergangen hier die bank auch mal eben weg ja die setzen wir uns woanders neu hin das ist ja kein thema ich werde ja jetzt nur im weg gewesen ja guck guck dir das einer an und schon wieder eine fertig hervorragend so na hallo warum stammt ihr zu mir hier zu mir so haben wir dann auch schon wieder fertig wunderbar jetzt brauchen wir ja auch nur noch 84 steine und 144 holzstämme ja mei das packen wir doch steine ist natürlich genial hier die sporn hier so ständig nach das total geil hier siehst du kaum dresdlich um sind schon wieder fünf sechs steine nachgespawnt ist schon ganz geil und das die ganze zeit hier ne auf unserem territorium quasi steine ist hier echt wahnsinn und essen brauchen wir natürlich auch ja der ding bleibt jetzt hier wahrscheinlich liegen eigentlich dürfte ich doch gar keinen platz ach doch ich habe ja alle fälle rausgehangen ich hatte ja guckt euch dann an wie schnell die steine jahre wieder da sind so trocken gestell und schon wieder was da hängen ja um wasser müssen wir uns langsam kümmern deswegen wird es zeit dass ich hier so eine treppe oder diesen aufzug hinkriege oh ja der aufzug den krummen müssen wir auch noch finden den bauplan für den aufzug ja dann habe ich zwar noch nie so richtig hingekriegt aber vielleicht ist ja irgendwann immer das erste mal wieso ich hier kein wasser ruhen können weiß ich da geht doch geht doch geht doch alles mit unterwegs so findest ich glaube hier brauche ich auch noch mal eine kleine tür da ist lagerfeuer dann lass mal köcheln ja so dann will ich mal gucken hier nach ein paar fallen wollte ich bauen also die fallen wo waren sie denn hier ja also wir hatten immer gerne diese dornenwandfalle die ist ganz geil und die schling fallen sind eigentlich ganz gerne aber jetzt mal die denn aus hier das ist schläge falle die wollte ich doch gar nicht wollte doch diese dornenwandfalle haben so wie war dann noch so ne da kommt die kommen wo ist er fertig wo ist er da muss so aufpassen verdammt ich hasse ihnen kommen da haben wir und er ging einfach als ich gedacht habe so wie haben wir denn die falle hier die ist doch so okay auch von der ausrichtung her völlig in ordnung und dann die nächste die nächste so und noch eine aber das war hier noch mal eine so und hier noch mal eine die dinger sind schon echt wichtig dann hätte man die hier dann geht es jetzt hier auch wir acht da brauchen viele seile hat ich habe nur ein seil gehabt wieso nur ein seil hat er gehabt oder öfter wieder auf die jacht da gibt es ja immer seine okay ja dann wissen wir ja wo es weiter geht ach trinken na ja das hier kurs ausrüsten ja dann liegen da unten wieder zwei eimer um 18 nicht ja gut aber die sporn ja auch ständig nach trinken noch mal wieder was essen hier man 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 so lecker gegessen hat er auch ja jetzt muss ich mal gucken wo der topf jetzt hier gelandet ist das ist auch eine scheiße ist das jetzt abgeblieben der blöde topf hat das ist so ein murkser oder der hängt im boden drin das kann auch sein wir brauchen hier noch mal eine treppe dass ich hier vernünftig hochkommen und so da muss ich auch echt noch mal bauen immer dieses umgehüpfe hier was wieso wieso denn bloß ach schade ja hier stecker die kannst du auch jetzt echt und was gebrauchen hier ne stecker steine den ganzen ich bin hallo ist die blöde sau tot ja babys ich weiß ich bitte bringt ja immer ein bisschen besuch mit so haben wir dann auch überlebt hier waren auf dem weg ins camp heute ist mal ein bisschen mehr los hier ja dann kannst du wieder anziehen wir müssen wieder knochenrüstung machen das können wir schon pen noch nicht ganz dann machen wir so lange noch ein paar steine versetzen hier da sehen wir wenigstens was bei ich glaube wir kriegen besuch dann wollen wir doch schon mal vorbereiten hier für unser besuch doch wenn du nicht will der hat auch noch schon wenn wir da kommen sie noch oder kommen nicht aber da lassen wir uns hier vom bau nicht abhalten richtig ach ja so muss man einmal hier hängt er noch irgendwo im boden rum das ist doch auch ein rotz hat ja immer durchfallen muss noch das ist doch so ein back den sie nie behoben haben da wir können erst mal pennen nochmal speichern hier achten kosten ja oder das regnet ist das feuer auch gleich wieder aus oder wo wir mal weiter hier im texte aber auch irgendwo immer eine stelle wo er hängt da müssen wir wieder steine sammeln hier eine kleine stelle da bleibe ich immer hängen weil das auch nicht ganz gerade geworden war so schnell hier alles immer noch waren die steine wir müssen mal rüber zum boot ganz viel seile machen so so 5 ist wenn du was brauchst gut wo haben wir denn hier noch ein paar stecker da stecker 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 immer die erste falle fertig kriegen habe ich mal so nix gegen schon mal eine falle hier fertig haben wir doch geil da jetzt noch vier baumstämme ich muss gleich schnell wer dessen besser als nix so vier baumstämme dann haben wir die erste falle nämlich ready was ich sehr gut finde haben wir heute schon mal eine falle fertiggestellt wunderbar so die ist jetzt scharf richtig richtig ja super da drei steinchen drei bescheuerte steine haben wir handvoll hier zeichnen wir die nächste reihe nämlich schon mal an dann kommen wir der ganzen sache näher ne sieht doch gut aus so man muss noch nicht schrägen irgendwie entgegen es ist noch so eine geschichte das sieht irgendwie blöd aus wenn du die nicht zusammen hast ach guck mal einer an weil ich denn hier noch so rum das ist ja mal was wo lang die denn jetzt hier vor allem wieso lagen die hier rum stimmte irgendwie von der hätten also sägenaktion auf screen direkt verbauen oder so nächste zaun elemente auffällig haben doch heute ein bisschen was hier schafft oder doch am feinsten hier diese eine ecke da verflucht ist teilweise so wunderbar über die nächste reihe anzeichnen hier so 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 jetzt mal das doch mal richtig an der meine fresse äh so jetzt auch konkret scheiße hier so e angeht dass sie da auch schon mal gut aus da können wir es ein bisschen wild sein ja ich bin aber dann ist auch jetzt guter moment aufzuhören wenn ich das man immer alle wüsste hier hier wäre ein bisschen schlamm kaum eines von weg ist ich hoffe die runde hat euch heute gefallen wenn ja lasst mir daumen nach oben da wenn euch interessiert wie die reise auf meinem kanal weiter geht dann abonniert ihn euch lasst mir gerne auch eure kommentare da würde ich mich sehr darüber freuen ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche einen schönen abend bis dahin